Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. So, Dienstagabend, 20.30 Uhr, etwas später als geplant. Aber Vodafone will einfach, dass mein Engermanagement doch noch etwas besser wird. Da könnte ich mich ja aufregen, über so technische Unzulänglichkeiten. Das bringt mich wirklich, also da wäre ich fuchsig. Da wäre ich wirklich fuchsig. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor wir einsteigen und weil wir uns auch heute, glaube ich, ein bisschen was schön trinken müssen. Ja, ein lecker Barrik Grappanino. Prost auf euch. Prost auf dich, Michael. Mein Name ist Christian und ich habe schon gesagt, mit dabei, jetzt ist Michael, ich grüße dich zu einer neuen Ausgabe der Trek Nerds. Prost. Hallihallo. Aber ich glaube, mein Mikrofon ist noch nicht scharf geschaltet. Doch, ich höre mich. Wunderbar. Ich habe mich gerade nicht gehört. Deshalb lassen wir das. Jetzt höre ich mich nicht mehr doppelt. Und jetzt können wir auch ordentlich Hallo sagen. Ich bleibe bei Wasser heute. Bei den Temperaturen und bei dem, was wir gleich noch hitzig besprechen, will ich nicht ausschweifend werden. Ja. So, ich gucke mal, ob auch der Chat wieder da ist. Ja, wunderbar. Kurze Probe meinerseits. Das bin ich auch anständig laut zu hören. Ihr beschwert euch ja immer, dass ich so leise bin. Da habe ich doch so viel zu sagen. Ich glaube, heute sind wir, glaube ich, ganz gut ausgeprägt. Es muss eigentlich so sein, weil ich habe vom letzten Mal nichts geändert. Also es kann eigentlich jetzt nicht sein. Außer ihr veräppelt mich an der Stelle da draußen. Ja, aber dieses Never Change a Running System hilft bei dir auch nicht. Nee, manchmal irgendwie auch nicht. Es ist, ja. Herzlich willkommen an den Chat, Stocky, Amy, Antek. Alles schön, dass ihr da seid und alle, die jetzt noch sich dazuschalten. Herzlich willkommen zur Gruppentherapie-Stunde, zu unserer Gesprächstherapie für, ja, für Star Trek Discovery. Und bevor wir da einsteigen, noch ein kleiner Hinweis. Am Samstag, den 18.05. ist wieder eine kleine Live-Show. Zu Gast ist Douglas Stahl, der Comedian, den ihr von TikTok kennt. Ihr bekommt Tickets unter rabbithole-theater.de slash nerdychrismus. Da gibt es noch Tickets. Schießt euch eins. Das wird ein ganz fantastischer Abend werden. Und am Samstag im rabbithole-Theater in Essen. Ich poste den Link auch gleich nochmal in den Chat. Ja, Michael, da haben wir uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Wir wollen heute ja gleich drei Folgen besprechen. Fünf, sechs und sieben. Ja, ja. Ja, ich musste zwischendurch ein bisschen Sachen loswerden auf Mallorca im Urlaub. Deshalb haben wir es nicht geschafft. Das klingt jetzt so, als hättest du entweder dauernd auf dem Klo gehockt oder du hättest illegal irgendwelche Drogen verschifft. Das könnte jetzt beides sein. Es ist so ein typischer Familienurlaub mit kranken Kindern hin, mit Brechdurchfall den Urlaub durchstehen und dann zurückkommen, während der Keller ausgeräumt wurde. Ja, und dann haben die dir den Keller ausgeräumt und von allen Dingen, die sie hin mitnehmen können, was nehmen sie mit? Und von meinen schönen Silberboxen, Stargate SG-1 Silberboxen, lassen die alle da, außer Staffel 8 und 9 nehmen die sich mit. Wo ich mich frage, okay, hattet ihr die noch nicht? Oder sind die irgendwas wert? Nee, die sind irgendwie ein Zehner wert auf Ebay oder so. Viel schlimmer ist, dass mir meine Kindheits-Playstation geklaut wurde, die ich seit 1996 hatte. Die wurde mir nämlich zu Weihnachten geschenkt, wo der Karstadt-Verkäufer damals zu meinen Eltern meinte, könnte eurem Sohn besser schenken als ein N64, weil ich habe mir ein N64 gewünscht. Und das war keine schlechte Entscheidung. Aber die Playstation mit all meinen Spielen ist weg und meine Dreamcast mit all meinen Spielen, wo Sonic Adventure 2 mittlerweile fast 200 Euro gehandelt wird, ein kleiner Zeigen. Da weiß jemand, wo er bei An- und Verkaufs-Sachen loswerden kann. Ah, das ist aber echt ärgerlich. Also ich dachte erst, wir reden von der Mini-Playstation, aber du meinst jetzt wirklich die Original-Playsy-One. Ja, meine erste Playstation 1 mit einem Mod-Chip drin, die ich wirklich 1996 zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Mit all meinen schönen Spielen dabei und allem, was da so als Kindheitserinnerung dabei war. Mit der Guncon, mit allem Möglichen. Oh nein. Das ist echt fies. Das ist echt fies. Und ich hätte doch noch so gerne in Time Crisis mal den Hintern versohlt. Dafür, dann muss ich demnächst einfach öfters nach Hamburg, weil da gibt es ein wunderbares Computerspiele-Museum, nennt sich das. Und da kann man die ganzen alten Classic-Konsolen mit Röhrenfernsehern und Röhrenbildschirmen zocken für den ganzen Nachmittag, wenn man irgendwie einen 20er-Eintritt bezahlt. Da wird einem ganz sicher nicht langweilig. Genau. Langweilig ist auch ein gutes Stichwort, denn ich habe selten was Langweiligeres gesehen als die Folgen 5, 6 und 7 von Star Trek Discovery. Ei, ei, ei. Also es war wirklich. Unglaublich. Es war unglaublich zäh, dröge. Es hat die Story in keinster Weise vorangebracht. Es war, ich habe mich wirklich zwingen müssen, das durchzugucken. So langweilig war das. Ja, und ich habe sie mir aufgehoben, dass ich sie quasi drei hintereinander binden musste. Oh Gott, du Armer. Und habe gedacht, meine Güte, also ihr habt jetzt nur, wie viele Folgen in dieser Staffel? Ihr habt jetzt nur 8 Folgen in dieser Staffel oder 10 Folgen in dieser Staffel? Ja. Und dann macht ihr nichts damit. Ich meine, habt ihr jetzt Angst mittlerweile bekommen, dass sie irgendwas falsch machen können? Oder habt ihr einfach gar kein Budget mehr? Weil wenn man sich diese drei Episoden anschaut, ist es ja ein Redressing der Discovery, ein Redressing der Enterprise von Strange New Worlds, verschiedene Perspektiven des Ganzen. Also die haben nicht viel, außer auf diesem Planeten, wo ein bisschen Avatar-Optik aufgekommen ist, haben die ja nicht viel damit gemacht? Nein, absolut nicht. Also das sind, es sah auch irgendwie, ich weiß es nicht, mir ist auch aufgefallen, ich springe jetzt schon so ein bisschen hier in meinen Notes, aber mir ist dann auch aufgefallen, dass zum Beispiel Deadmau und Washington sind gar nicht mehr dabei. Also die sind weg, also die sind nicht mehr da, plötzlich hocken da zwei andere Mädels am Pult auf der Brücke und die waren dann irgendwann weg. Also alles, alles irgendwie etwas komisch. Wir werden drüber reden, für alle die, die auf der FatCon waren. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne FatCon. Wir waren ja dieses Mal nicht da. Ja, Beschwerden an die Orga und ich habe gehört, das Nerdquiz war super. Und ich habe auch einen schönen ESC gehabt. Ich habe einen schönen ESC gehabt, der ESC war super. Ich meine, das war ein tolles Ergebnis, schau doch mal. Ein non-binärer Mensch hat gewonnen, ja, und Deutschland hat Israel zwölf Punkte gegeben. Na gut, dafür ausgebucht. Da ist doch für jeden Extremisten was dabei. Da kann sich der alte weiße Mann genauso aufregen, wie die linksgrünversiffte Wokebappel. Das ist doch herrlich, das ist doch wahre Demokratie. Du, ich habe seit Jahren nicht mehr ESC geguckt. Diesmal erste Mal, weil meine Frau unterwegs war auf dem Geburtstag. Ich habe mir aber nicht die klassische Übertragung angeschaut. Und ich habe mir den Livestream von Böhmermann und Schulz angesehen im ORF. Den die ja jedes Jahr machen, was ich viel amüsanter finde als jeglichen. Thorsten Schorn macht das mittlerweile, ne? Ja, und er hat es auch ehrlich gesagt ganz gut gemacht. Teilweise hatte ich das Gefühl, er liest meine Tweets. Also es war doch sehr deckungsgleich, was da so über den Äther von ihm kam. Es war ein bisschen gezwungen, also es kommt noch nicht so ganz natürlich trocken raus wie bei Peter Urban. Aber für das erste Mal war das gut, weil ich hatte wirklich die Sorge, dass der von der ARD so weichgespült wird und dann gar nichts mehr sagt und alles ganz toll. Ein heiter Teil ist. Nein, nein, wenn was scheiße war, hat er es auch gesagt. Dafür kann man, wie gesagt, den wunderbaren Kommentar von Schulz und Böhmermann, die sich einen hinter die Kante geben im Livestream und auch kein Problem haben, zwischen die Songs zu labern. Die lassen die guten Teile laufen und dann kommentieren die die Songs währenddessen noch, was ich liebe. Dafür ist der für mich sehr amüsant. Aber ich muss sagen, ich kann ja meistens nicht so viel mit den Songs vom ESC anfangen. Darum geht es ja auch gar nicht so wirklich. Den Siegersong, den fand ich gut. Den fand ich richtig gut. Der ist abgegangen. Also bei mir war Irland ganz vorne. Irland war auch geil. Irland war auch super. Fand ich mega. Ein Freund von mir, Grüße gehen raus an Simon, der war in Malmö. Ich bin gespannt, was er berichtet. Ich war ja hier in Düsseldorf gewesen, 2011, 13 Jahre ist es her, zum Heim Eurovision von Lena. Und da war es so, dass die Songs, die die Halle gerockt haben, zum Beispiel Ungarn, die kamen im Fernsehen gar nicht so gut an und gewonnen hat da ja Aserbaidschan. Und als Aserbaidschan in der Halle lief, ganz ehrlich, da bin ich Bier holen gegangen und fast alle anderen sind Pissen oder Bier holen gegangen. Also so unterschiedlich kann dann manchmal die Wahrnehmung sein. Na, aber wie ist es denn, wenn man, ich meine, ich kann es mir vorstellen, dass es nicht viel anders ist, als wenn man sich das Ganze im Fernsehen anschaut, weil es ist ja eine 1 zu 1 Übertragung. Außer vielleicht, dass man vorher, kriegt man einen Anheizer beim ESC vorher? Ja, aber der war ehrlich gesagt unauffällig. Das sage ich deswegen, weil wir waren letztes Jahr bei den MTV Music Awards und dieser Anheizer war schrecklich. Der kam direkt aus dem, wie heißt, wie heißt die Riesendisse auf Malle? Ihr wisst, was ich meine, Musikpark oder keine Ahnung was. Also der hat so seine Malle-Sprüche gemacht und hat da versucht, irgendwie so, als wenn das jetzt hier das Schlagerfestival wäre. Der hat auch so einen goldenen Anzug angehabt. Ich habe den da mal gegoogelt, den Namen habe ich vergessen. Er ist wohl Deutschlands bekanntester Warm-Upper, aber halt nicht der beste, sondern nur der bekannteste. Und es war also wirklich, und der trat dann auch jede Pause auf und er konnte halt auch kein Englisch, was jetzt halt ein bisschen blöd ist, wenn du den MTV European Music Award machst, ne? Also es war sehr, sehr cringe, um es mal neudeutsch zu sagen. Und da kann ich mich gar nicht dran erinnern, ob da, da war bestimmt einer, aber der hielt sich in Grenzen. Aber ich sage es, ich habe ja ein scheiß Geld dafür bezahlt, 400 Tacken da hingelegt, ne? Für die Karten, für, also, aber, aber, das war schon ziemlich geil. Und wenn dann die Eurovisionshymne kommt, ja, und die ganze, die ganze Halle, und das war ja in Düsseldorf in der jetzt Glücksspiel-Arena, früher hieß ja dann noch LTU oder ESPRI oder Whatever-Arena, da war das schon ein ziemlicher Knaller, da ging das schon richtig ab. Ich könnte doch stundenlang über den ESC reden, was ich auch viel lieber machen würde, denn der war nicht so langweilig wie, und jetzt steigen wir dann doch mal ein in die Folge 5 Mirrors. Und wir haben ja schon gesagt, juhu, 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 eine Spiegel-Universums-Folge und dann war es irgendwie nur so eine halbe Spiegel-Universums-Folge. Das war gar keine. Wir haben einen Prop aus dem Spiegel-Universum bekommen, aber das war's. Nein, nein, wir haben die Strange New Worlds Enterprise mit einfach zwei Buchstaben ausgetauscht bekommen. Nein, einem Buchstaben. Ich meine, wenn die noch nicht mal ein Budget für einen falschen Bart haben, um den irgendwen dran zu kleben, dann ist es schon heikel. Ich hätte mich ja mal wirklich gefreut, wenn man schon so eine Idee hat, dass man dann, es lebt doch, wer lebt noch? Chad, hilf mal aus. Wer von der Tosco lebt noch? Ich glaube, Walter Koenig lebt noch, ne? Tut er noch? Ist er noch da? Ich glaube, Walter Koenig lebt noch. Und Sulu lebt auch noch. Genau, Sulu lebt auch noch so. Also, Shatner, Shatner sagt doch immer, er möchte unbedingt. Genau, Shatner. Wie geil wäre das gewesen? Man hätte da einen Mirror Kirk drin gehabt, der seit 900 Jahren da irgendwie so rumhüpft und dann kommt der alte Shatner aus. Das wäre geil gewesen. Das wäre geil gewesen. Und der würde es doch machen. Der battelt doch die ganze Zeit darum, das zu machen. Ihn lässt nur keiner wieder ins Franchise rein. Ja, natürlich würde er es machen. Und das wäre doch mal was gewesen. Aber okay, natürlich haben sie das nicht gemacht. Also, es ging ja schon los, dass die jetzt also Moll und Durja verfolgen. Da haben wir sie ja beim letzten Mal verlassen. Und dann springen sie zur letzten bekannten Stelle. Und was sehen sie da? Ein Wurmloch, das aber ehrlich gesagt eher aussieht wie ein Space-Anus. Also, das war so meine erste Interpretation. Und ich weiß, ich war nicht der Einzige. Ja, wenn es die ganze Zeit so auf und zu geht. Ja, das war so. Ja, und weißt du, was mich dann schon wieder nach, keine Ahnung, zwei Minuten oder was richtig abgefuckt hat in der Show. Bis zwei, drei Minuten in der Sendung. Und da ist es fünf sein. Und sie sehen halt dann dieses Wurmloch. Und von allen Brückenmitgliedern, die da rumstehen, wer sagt, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Die Bajorana-Tante. Ach so, ja, okay. Ja, ja. Ich weiß nicht, ist das lustig? Finden die das irgendwie witzig oder so? Ist das ein Gag? Ich meine, das sollte doch eigentlich, erst mal, wir kennen die gar nicht. Die war auf einmal da. Ich glaube, die war vorher, ist die mal kurz durchs Bild gehüpft, als der Captain James Bond da seine lustige Personalgespräche geführt. Ich glaube, da war die schon mal dabei. Keine Ahnung, wie die heißt. Und dann hätte die es doch denen erklären können. Aber gut. Ja, aber was ich auch nicht verstehe, okay, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Man hätte doch so viel Potenzial gehabt, um irgendwie mehr Aspekte vom Mirror Universe in das Ganze reinzubringen. Und man hätte doch irgendwie, selbst wenn die sagen, seit 200 Jahren oder seit 900 Jahren ist das Universum so weit weg gedriftet, dass keiner mehr da war, dann lass doch die Crew da überleben. Dann lass doch irgendwie einen 900 Jahre alten Spock da rumrennen, so ungefähr. Ja, Spock hatte ich mir auch notiert. Dafür, dass uns dann zwei Staffeln lang verklickert wurde, wie wichtig der Spock für die Michaela ist, ist sie unglaublich desinteressiert, was aus Spock geworden ist. Er wurde einmal erwähnt. Er hat einen Name-Drop bekommen. Ja, Name-Drop, genau. Also, mein Bruder. Genau, mein Bruder. Genau, that's it. Also, das ist auch, na gut, okay. Ich meine, immerhin lernen wir in dieser Folge jetzt mal, dass der Moll, nee, der Dur ist also ein... Ein Breen. Ein Breen. Wer hätte das gedacht? Habe ich jetzt so nicht kommen sehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Bin ich aber, glaube ich, relativ allein, haben wohl relativ viele Leute kommen sehen, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz kommen sehen. Ja. Lass uns über die Breen reden. Ja, lass uns über die Breen reden. Die, um, der uninteressanteste Willen im ganzen Star Trek-Universum, die nur interessant sind durch ihre Masken, aber sonst nichts, was mitbekommen haben. Die waren Kanonenfutter in Dominion und die waren das Einzige, was quasi das Dominion noch auf seine Seite bekommen hatte, um so ein bisschen Mannstärke zu bekommen. Aber ansonsten, die waren mysteriös, aber die waren niemals spannend, mysteriös. Ja, das fasst das ziemlich gut zusammen. Vor allem erinnere ich mich doch, dass es, glaube ich, hieß, dass die Breen diese Anzüge tragen müssen, weil es bei denen so kalt ist. Also so kann ich mich irgendwie daran erinnern, ne? Und jetzt erlernen wir also, dass die in dem Anzug flüssig sind, aber sie brauchen ihn nicht wirklich, weil wenn sie aus... Sie können eine Gestalt annehmen, sie haben irgendwie zwei Gesichter und diese zwei Gesichter sind ihre Identität. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Also erstmal für mich, so rein physikalisch wäre es hier umgekehrt sinnvoller. Also wenn die in dem Kühlansatz sind, sind die hart und sobald die den ablegen, werden die halt flüssig. Wäre für mich jetzt irgendwie sinnvoller, aber okay. Und dann ist das also so, dass also die, die, nennen wir sie mal Solid-Form, die ist also verpönt. Dann werden die also ausgestoßen. Ja, genau. Wenn die sich zeigen ohne ihre Maske oder vor allem, wenn die sich irgendeinen Fremden zeigen ohne die Maske. Was aber dieses klassische Mandalorian-Problem hat... Das kennt doch irgendwo her, genau, ja. Mit machen die, wie gehen die, die müssen ja auch irgendwie mal Hygiene betreiben oder so. Ist das alles in den Anzug mit eingebaut? Ja, gut, das frage ich mich bei den Främen ja auch immer. Wobei, wenn die in dem Siege sind, dann ziehen die das Zeug bestimmt ja auch ab und zu mal aus, ne? Aber abgesehen davon, ich meine, jetzt haben sie das Potenzial, jetzt haben sie vielleicht versucht, das Potenzial der Breen auszunutzen, weil die so undefiniert waren. Und das kann man ja auch machen durch diesen 900-Jahressprung, den wir da drin haben. Von mir aus. Und dann machen sie ein 0815-Jam-Hadar-Vampir-Alien-Maske-Ding draus. Genau. Ja. Ja, exakt. Es ist so ein 0815-Alien-Design, da ist wirklich nichts Besonderes dabei. Ist so ein Buffy-Dämon. Ja, exakt, ganz genau, ja. Also wirklich so ein 0815-Design, was man schon tausendmal gesehen hat. So auch völlig unspektakulär inszeniert, dieser Reveal, ja. Also dafür, dass man das jetzt durchaus mal, also man kann ja mit denen was machen, ne? Da habe ich ja gar nichts gegen. Im Gegenteil, es ist ja mal schön, dass man da was mit denen macht, zumindest mal was Neues. Aber dann nimmt man halt so das Langweiligste ever, das war so, okay. Und, ich meine, sie haben es ja versucht, immer wieder reinzustreuen durch ihre Rückblenden, was sich überhaupt nicht organisch da eingefügt hat. Aber auch diese, wir haben schon über die Nicht-Leinwand-Präsenz und das Nicht-Karisma von Moll und Lark gesprochen. Das wäre Potenzial gewesen für eine Middle-of-the-Road-Episode, die sich ein bisschen mit den Breen beschäftigt hätte und mit ihrem feudalen System. Aber das hat für mich kein Futter für eine ganze Staffel bekommen, weil die Breen jetzt auch, außer dass sie jetzt sehr mächtig sind und sehr aggressiv gegenüber anderen, keine Motivation haben, irgendwie mit der Föderation oder der Sternenflotte wieder in den Krieg zu gehen. Was haben sie gemacht? Ja, okay, sie haben sich vor 900 Jahren, haben sie die Erde angegriffen und haben schön da verwüstet. Aber gut, die Kreuzzüge, wie lange sind die jetzt her? Aber welcher Konflikt hält da bitteschön 900 Jahre lang, dass man sich als Historiker, von der Geschichte immer noch daran erinnert, dass die Breen da damals sowas durchgeführt haben? Ich meine, wir haben ja heutzutage sogar Probleme, uns daran zu ändern, was vor 100 Jahren passiert ist. Ja, wobei, das habe ich mir letztens mal überlegt. Ich glaube, dass die Zukunft, so, keine Ahnung, 300 Jahre in die Zukunft, hat ja ein ganz anderes Bild von uns als wir 300 Jahre zurück. Einfach aufgrund der Aufzeichnungsmethoden. Also, von daher, ich meine, irgendjemand wird wahrscheinlich diesen Livestream auch mal konservieren und ein Museum ausstellen. Meinst du, der landet nicht auf irgendeinem Datenmüll? Nee, nee, der läuft als Prädikat besonders wertvoll. Ja, und UNESCO-Weltkulturerbe. Ich habe mich letztens im Rahmen der Three-Body-Problems mal ein bisschen mit Langzeitspeicherung von Datenträgern beschäftigt, weil wir da zwischendurch durchaus auch Dinge haben, wo die Geschichte der Menschheit konserviert werden soll. Und es ist halt einfach ein Problem, wenn du Millionen oder Milliarden Jahre irgendwas für Leute konservieren willst, weil wir sind faktisch nur in der Lage, irgendwie vielleicht mehrere hundert oder mehrere tausend Jahre was auf Datenträgern zu speichern, ohne dass wir die neu anlegen müssen. Es gibt so theoretische Datenspeicher, die heißen in der Tat Superman-Kristalle, Superman-Memory-Crystals. Die sind theoretisch in der Lage, irgendwie 13 oder 14 Milliarden Jahre lang was zu speichern. Aber wir sind nur in der Lage, vielleicht für ein paar hundert Jahre was zuverlässig zu speichern. Und das muss immer schon wieder weiter rüber kopiert werden. Und bei dem Datenmüll, den wir generieren, da müssen wir schon KIs haben, um uns da sinnvoll was zu machen. Meinst du, irgendwer sitzt in 300 Jahren da und sagt, geil, ich möchte die Ursprünge von Star Trek erleben und die dunkle Phase von Star Trek und habe da diesen obskuren kleinen Podcast, der sich mal darüber unterhalten hat, wie schlimm Discovery war? Nein, nein, du siehst es falsch. Also erst mal, nach deinen Ausführungen muss ich ja sagen, deswegen macht der Lucas Schorsch das also, jedes Mal Star Trek auf ein neues Medium zu kriegen, damit es nicht gelöscht wird. Das ist das eine. Zum anderen, ich hoffe, dass es so ist, dass sie uns dann wahrnehmen. Denn stell dir mal vor, was die Alternative ist. Stell dir mal vor, irgendjemand macht in so einen Superman-Kristallen-Livestream von Knossi rein oder so. Ja, und dann denken die 300 Jahre, 400 Jahre später, dann denken die irgendwie so 300, 400 Jahre später, das war dann das 20. 21. Jahrhundert gewesen. Das wäre ja schlimm. Oder irgendwie so eine Wendler-CD schafft es da rein oder so, das wäre ja grausam. Das wäre ja schlimm. Ja, also die Breen. Was man bei den Breen immer so, was ich so komisch fand, ist, die haben verdammt viele Sprüche mit Blut, ja, eine Blutschuld, dafür, dass sie eigentlich irgendwie gar keins haben, wenn sie flüssig sind. Da dachte ich, mir müsste das nicht irgendwie eher Jelly-Schuld heißen oder so, irgendwie, keine Ahnung. Also, sehr viele menschliche Sprüche, die die dann wenden. Und dann später können sie dann doch bluten. Also, ich habe die Breen irgendwie nicht verstanden. Und dann wird, und was ich auch nicht verstanden habe, war im wahrsten Sinne des Wortes dieses Eregar. Weil das wird dann da so reingeworfen, so Eregar. Ja, ja, ja. Okay, weil sie sprechen darüber, ohne es irgendwann mal zu erklären. Genau. Und später, ich glaube, in der dritten Episode oder in der, was war das jetzt, die, in Episoden-Reihenfolge, war das die Sieben. Die dann auch Eregar hieß, genau. Genau. Da sprechen sie ein bisschen, was darüber bedeutet, dass es irgendwie eine Blutschuld ist. Aber vorher kapiert man ja auch nicht mal ansatzweise, was das bedeutet. Ich meine, wir haben in, war das in Mirrors, haben wir die ganzen Flashbacks von Morrow and Lark bekommen. Die ja auch sich wunderbar organisch da in das Ganze eingefügt haben. Hätten sie nicht, wenn sie das ganz interessanter hätte machen wollen, hätten wir doch hingehen können und diese Flashbacks über die gesamte Staffel verteilen, damit man so langsam die Liebesgeschichte von denen aufbauen kann. Weil in der Folge ist es so, die treffen sich und in den nächsten Flashbacks sind sie unsterblich ineinander verliebt. Ohne, dass man irgendwie wieder gezeigt bekommt, wie dieser Bond entstanden ist. Das ist wieder Tellt und Show. Wir brauchen Showt und Tellt. Absolut. Absolut. Und dann waren die Dialoge, also die Dialoge, ganz ehrlich, die schreibt doch inzwischen JetGPT. Also, die sind doch nur, das war so Teenager-Klischee-Liebessprüche. Also, es war wirklich unerträglich. Ich konnte auch null mit denen bonden. Und natürlich, was mir inzwischen auch, ich meine, das war schon immer so, ja, aber weil es halt hier auch nicht gut gemacht ist, sind halt diese Zufälle, diese Zufälle im Universum, die sind halt dann wirklich, jetzt ist natürlich dann die Moll wieder mit dem Book verwandt und dann ist auch noch sein Mentor. Und jeder ändert irgendwie seinen Namen in diesen Shows. Also, es ist wirklich, es ist halt immer wieder same, same, but different. Und, was ich mich dann auch gefragt habe, so, woher wussten Moll und Dur eigentlich, wo sie hin müssen, wenn doch die Hinweise auf der Enterprise, auf der Enterprise, sage ich schon, auf der Disco waren, ja. Ja, also, das müssen die dann in der Zeitspinnen-Episode irgendwie geschafft haben. Aber auch sonst, wenn jetzt Moll weiter mit den Breen zusammenarbeitet, um die nächsten Hinweise zu finden, hat die jetzt auch so eine Wasserprobe, die die analysieren kann. Weil genau das habe ich mir auch gedacht. Die ganzen Hinweise sind doch so spezifisch und die müssen so lange drüber nachdenken, was auch Schwachsinn ist, weil wenn man drüber nachdenkt, ja, wo ist es her von, wie heißt das, von Empathen, wieso, klar, auch das wieder so eine Convenience-Geschichte. Dann hat man einen Empathen an Bord, weil der, man dann natürlich keinen, wie heißt der, wie heißen die anderen Empathen? Betasuit. Kannst du auch Troy? Ja, Betasuit. Weil man keinen Betasuit an Bord hat, sondern man hat den Book an Bord, der quasi das Gleiche kann. Und das ist so ein, die verstecken ist in vielen verschiedenen kleinen Szenen, so dass es sich anfühlt, als würde es super Aufwand bedeuten, diese Rätsel zu entziffern. Aber die Rätsel sind doch so kinderleicht zu entschlüsseln. Da ist doch, da muss man doch nur logisch drüber nachdenken. Es ist doch nur eine Gedankenkette. Ah, okay. Da hat man einen Hinweis von einem Betasuit-Wissenschaftler. Die waren Empathen. Wir haben einen Empathen an Bord. Lass den doch mal drüber schauen. Da braucht doch keine Dreiecken, braucht doch keiner um drei Ecken denken, um das herauszufinden. Ja, du bist zwar jetzt schon gesprungen in der Episode, aber da bin ich auch drüber gestolpert. Vor allem, wen fragen sie dann später nach dem nächsten Hinweis? Einen Experten für alte Texte. Und das ist dann Jet Reno. Ja, auch. Hä? Auch damit Tick Nataro was zu sagen hat. Ja, und es macht aber halt auch gar keinen Sinn, weil Reno kam aus dem 23. Jahrhundert, also 2200 hau mich tot. Und der Hinweis wurde, sagen sie wörtlich, 2300, also im 24. Jahrhundert. Sie kann es also gar nicht wissen. Goh. Ja, also wirklich in diesem, weil es halt auch so langweilig war. Ich meine, immerhin haben sie dann noch Marina Sirtis einmal durchgehauen. Weil es halt auch so langweilig war, springt es mir halt noch eher. Weißt du, es war gar nicht so schlimm wie sonst. Es war einfach nur langweilig und dann habe ich halt alles gesehen. Es geht ja auch schon damit los, also sie fliegen ja dann in den Weltraum-Anus rein und sehen dann die ISS Enterprise, bei der sie noch wortwörtlich sagen, alle Shuttle sind weg und es gibt keine Fluchtgapseln mehr. Gut, am Ende gab es halt dann doch eine und die war halt dann dummerweise auch noch warpfähig. Kann halt schon mal passieren, dass man, während man das Drehbuch schreibt, das unterwegs dann mal vergessen hat. Aber okay. Und noch besser, also die Warp-Signatur können sie nicht tracken. Aber die Warp-Signatur von der Discovery, auch die Sprungsignatur, haben sie Angst, dass die Breen das überall hin tracken können. Richtig, genau. Dabei könnten sie mit der Discovery ans andere Ende der Galaxie springen. Und wie lange brauchen die Breen, bis sie da hinkommen? 30 Jahre? 50 Jahre? Haben sie doch erstmal Ruhe. Also es heißt, wir springen, liebe Hörer und liebe Chatfreunde, wir springen sehr in den Folgen, aber das sind alles solche Sachen, die einfach keinen Sinn machen. Wo ich mir denke, sitzt da keiner, dem das auffällt. Das ist doch wirklich jetzt nicht, dass man sich das jetzt großartig irgendwie so zurechtdengeln muss oder so. Das springt einem doch ins Auge, dass das irgendwie, also da hat der Admiral Vance schon recht gehabt, ja. Spring ans andere Ende irgendwo hin und dann habt ihr Ruhe 30 Jahre lang. Selbst wenn sie nicht tracken können. In der Galaxie springen, nee, da ist ja kein Bezählen-Netzwerk. Das schaffen sie nicht. Aber ja, aber auch um die, weiterhin zum Punkt Spannung und Mirrors. Wo ist die Spannung? Die Spannung soll wahrscheinlich entstehen durch das Stand-Off auf der neu verkleideten Enterprise. Das irritiert mich die ganze Zeit, dass die ISS sagen. Auf der ISS. Ich dachte, da wollen sie mit der ISS, ja, ISS Enterprise. Und dann sind sie, da passiert nichts, weil da haben sie nicht wirklich irgendwas zu suchen und da finden sie auch nicht groß was. und auch die Flashback-Szenen sind alle an einem Ort. Alle in so einer komischen Breen-Lagerhalle. Ja, ja, ja. Also, mehr kann sich doch eine Bottle-Episode nicht anfühlen. Nee, wirklich. Ja, an einem Tag runtergedreht und fertig. Also, es war auch wieder, weißt du, Starfleet wird auch immer inkompetenter. Also, erst mal auch hier wieder, also, sag mal so, ich muss, du hast doch, du hast doch, letztens wäre übertrieben, aber du hast doch einen Rewatch von TNG gemacht, so vor anderthalb Jahren. Ja. Wie oft ist eigentlich, bleiben bei TNG, wie oft ist PK eigentlich auf eine Außenmission gegangen, wo er wirklich gesagt hat, ich mach das. Da kannst du doch an zwei Händen bei 170 Folgen abzählen, oder? Der hatte ja auch einen Riker dabei. Genau. Aber jetzt hat sie doch einen Riker, ja. Und sie sagt, also, Michaela sagt noch in ein, zwei Folgen vorher, ja, nee, ich möchte ja, dass meine Crew auch engagiert ist und involviert ist und so weiter und dann macht sie halt alles alleine und sie nimmt nicht mal ein Security-Team mit oder sonst irgendwas. Nee, sie will sie überreden. Ja, dann nehmen sie doch mit und lass sie auf dem Shuttle oder betäub sie und rede später mit denen oder irgendwas, aber alles genau. Aber dafür hat sie ja, dann hat sie ja später eine Ausrede, dass sie weiterhin alles machen kann, weil sie ja diesen persönlichen Kontakt mit Moll geknüpft hat und sie jetzt besonders kennt in den zwei Minuten, wo sie da mit ihr zusammenhängt. Hm, hm, hm. Ja, sehe ich genauso. Die hätte einen Rainer, der was machen könnte. Gut, der kommt mir auch nicht vor wie einer, der auf Außenmission gehen würde. Der ist eher so ein Saru, der rumsteht, hat auch die gleichen Ohren so ungefähr. Aber der, und selbst, auch um über Rainer zu sprechen, alle sprechen den immer mal wieder an, darüber, wie fühlt es sich, wieder auf der Brücke zu sein? Ey, wie lange hat der ein Schiff kommandiert? Mhm. Und wie lange wurde der, ist der jetzt eine Nummer zwei und weiß trotzdem scheinbar nicht, wie er sich verhalten muss als Schiffsgeist? Ja, aber sie tun so, als hätten sie ihn aus der Rente geholt. Ja, als wäre der irgendwie so aus der Rente geholt worden und, ja, absolut. Also, es ist wirklich sehr seltsam. Würdet gehen, Stück Brot mit bei. Ich habe keine Ahnung, es ist gerade ein blödes Kratzen im Hals. Entschuldigung. Ja, alles gut, ich kann nicht voll und ganz verstehen. Bei der Folge müsste ich auch, also dann, dann haben sie dann auch später, ein Komsignal geht nicht durch, aber ein Traktorstahl. Also, weißt du, das ist natürlich nitpicky Kram. Ich weiß, dass das nitpicky ist, aber es ist halt so inkonsistent, ja, und da denke ich mir so, es ist auch, und vor allem sind es halt wie immer mal so unnötige Sachen. Na gut, also jetzt hat halt die Föderation noch ein 900 Jahre altes Museumsschiff mehr, ist ja auch schön, ne, und die können also dann wegspringen, und dann kommen wir, gehen wir mal zur Folge 6, kommen wir, mehr gibt es ja auch nicht zu sagen. Gehen wir mal zur Folge 6. Meinst du, die ISS Enterprise hat noch eine wichtige Funktion irgendwann später? Quatsch, 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 Quatsch. Und dann springen wir mal zur Folge 6, Whistle Speak. Und ich meine, das war ja fast schon so eine klassische TNG-Folge, ne, Volk verwechselt Technik mit Göttern, haben wir alles schon fünfmal gehabt, bla bla, alles gut, wir sind ja, ich bin mir ja schon wenig zufrieden, und dann gibt es eine gute Idee, nämlich dieses Whistle Speak. Und es kommt halt 30 Sekunden vor, und danach nie wieder, genau. Und es wird nie wieder erwähnt. Exakt. Ich fand es eine geile Idee, ich meine, das war auch ein Potenzial in diesem Planeten, dass man, ich habe jetzt gestern Planet der Affen gesehen, den neuen, wo man sich auch so ein bisschen mit der Gesellschaft der Menschen, wie die jetzt wild geworden sind, ein bisschen beschäftigt, und da hätte man die Chance gehabt, eine völlig andere Zivilisation, oder einen völlig anderen Ansatz vom Leben zu finden. Und was ist es? Ein Volker Planet. Ja, es ist, wo man sich direkt drunter mischen kann, weil man wieder nur eine kleine Gesichtsbemalung hat. Ja, ganz genau. Und dann, und weißt du, und dann ist auch wieder hier Message mit dem Holzhammer, nochmal, ja, damit das hier keiner falsch versteht, ja. Star Trek war immer schon seiner Zeit voraus, progressiv, liberal, heute nennt man es mit Schimpfwort Vogue. Es war schon immer so. Nur es war nie mit dem Holzhammer. Und hier ist es halt auch wieder diese Message mit dem Holzhammer, wie du dich als Zuschauer jetzt gefälligst zu fühlen hast, sonst bist du kein guter Mensch. Und da sagt dann Tilly, oh, sie haben drei Geschlechter und kennen keine sozialen Klassen. Und beide lachen. Ah, wie schön. Oh. Ich meine, kannst du machen, kannst du machen, aber dann mach doch was mit der Story damit. Ja. Aber es hat, nichts wird damit gemacht, nichts, also gar nichts. Es ist wie, ich verstehe den Ansatz dafür, dass das eine gewisse Selbstverständlichkeit reflektieren soll in anderen Gesellschaften, was ja auch völlig okay ist. Aber wie du gerade gesagt hast, Discovery kann einfach nicht was subtil mit einfließen lassen. Genau. Das muss immer ausgesprochen werden und das kann nie erfahren werden in der Art und Weise. Genau. Und auch, naja, Tilly ist wieder da, wir hatten in einer Szene früher mitbekommen, wie sie durch die Discovery joggt, jetzt muss sie hier unbedingt auch laufen. Und ganz ehrlich, bei diesem Marathon, Tilly gewinnt also einen Marathon und da glaube ich inzwischen, das machen die mit Absicht, die machen das, damit wir, so Menschen wie wir, also in deren Augen ja alte weiße Männer, who concern about a wrinkle in time, wir erinnern uns, an Brie Larson, damit wir uns drüber aufregen und man uns dann Fettshaming vorwerfen kann. Ich sag dir, deswegen machen die das. Ich, weil, weil auch hier gab es doch wieder 5000 Wege, die man hätte machen können. Sie haben diese Tricorder im Auge. Meines, ich sag total overpowered, weil, ja, okay, aber sie haben das Ding jetzt. Okay. Dann kriegen sie da irgendwas zu essen und sie scannen es nicht mal. Ja, giftig sein können. Und dann hätten sie doch, War ja auch giftig. Ja, war ja, war es ja auch giftig, genau. So, und dann scannen sie das und dann sagt dann die Tilly, ich esse nicht, ich esse das, das ist nicht gut und so und dann tun sie nur so, als essen sie es und wenn Tilly dann den Marathon gewinnt, okay, kein Ding, kein Thema. Ja. Kein Problem. Oder sie haben vielleicht so ein Antidote dabei, irgendein Serum, was sie direkt, weil sie sich vorher informiert haben, was da überhaupt los ist. Zum Beispiel. Weil die dann wissen, dass die, was, die sind ja von allem überrascht worden, die sind ja von diesen Prüfungen überrascht worden. Eine alte Crew wäre, glaube ich, nie in der Art und Weise überrascht worden, weil sie sich vorher informiert hätten oder irgendwer mit einem Dorfältesten gesprochen hätte und dann kurz vor Beginn dieser Prüfung noch ein Riker angekommen wäre oder noch irgendeine Troy und Riker irgendwas untergeschoben hätte, damit es funktionieren kann, so ungefähr. Und da geht natürlich irgendwas schief, dass das Antiserum nicht wirkt, aber das kann ja dann meinetwegen nochmal sein, ne? Ja, oder du baust eine Spannung auf, indem du den Zuschauer schon sagst, scheiße, wenn die das gewinnt, wird die sterben. Ja. Weil Michael weiß es schon, weil der Stamets, Kalber, wer auch immer ihr das gesagt hat, überkommen. Und die Tilly weiß es nicht und die strengste. Also da hättest du eine Spannung aufbauen können. Ja. So kommt es halt wieder mal so, huch, ja, da ist es jetzt, weil es muss jetzt irgendwie so bla. Und es war halt, ja. Ich meine, es ist auch nichts Unbekanntes für Star Trek, dass die genau so ein Opferding aus dem Nichts da reinhauen. Es waren ja total viele, die sich für irgendwas, sei es, du wirst zur Königin gekrönt und die Königin wird auf dem Vulkan geopfert, so ungefähr. Ist es, ist es ja immer. Ist es ja immer in der Art und Weise. Aber ich würde dieser Folge eher vorwerfen, dass sie ähnlich wie andere Discovery folgen, sehr viele interessante Ideen und Fragen aufwirft, aber ähnlich wie mit dem Whistle Speak sie nicht ausführt, weil sie damit zu sehr beschäftigt sind, neue Dinge reinzuwerfen. Soll es eine Prime Directive-Folge werden, dann lass es eine Prime Directive-Folge werden. Soll es eine Gender-Geschichte werden, dann lass es eine Gender-Geschichte werden. Soll es ein Selbstfindungstrip für Tilly werden, lass es ein Selbstfindungstrip für Tilly werden. Aber mach nicht zehn Konzepte in das Ganze zusammen rein. Aber du weißt ja, die Show ist gut darin, also die Show lässt halt keine Chance aus, eine Chance auszulassen. Also, ja, das ist immer, wenn du sagst, geh links, das ist ein guter Weg, zack, geh nicht rechts. Ja. Das ist wirklich, ja, und dann auch so diese, ich glaube, es gibt sich halt auch gar keiner mehr Mühe, glaube ich, irgendwie so. Also, wie sie uns in der Folge 5 die Bajohanerin hinsetzen, die eigentlich als erste von dem Wurmloch wissen müsste und dann so doof ist, war hier, was mir halt, also sofort, da sind sie in diesem, in dieser Falle und es kommt ein Vakuum, die Luft wird abgesaugt. Aber die Kerzen brennen noch. Was ist mit den wunderbaren Raumanzügen, wo sie einmal klicken müssen? Zum Beispiel auch das, ja. Ja. genau, ich denke, dieser Instant-Raumanzug ist doch immer, an dem ich gar nicht gedacht habe. Du hast vollkommen recht, ja, den gibt es ja auch noch, ja. Passt Tilli nicht rein. Uh, das war böse. Und, ja, also, bei mir waren es jetzt halt die Kerzen. Denkst du so, da muss ich kein Physiker für sein, das muss doch am Set irgendjemand auffallen, da muss doch irgendjemand mal sagen, hm, also Freunde, wenn wir hier die Luft ablassen, ne, dann wäre vielleicht statt erster, was ausgeht bei so einem Luftzug, irgendwie die Kerzen. Und es wäre ja vielleicht auch total sinnvoll. Oder lass es sein, dass die dran denken, schnell mal eben die Kerzen zu löschen. Richtig, ganz genau. Oder sagen, oh, wenigstens noch 30 Sekunden mehr, machen die Kerzen aus, 30 Sekunden mehr, whatever, irgendwas, ne, aber das sind so, so Dinge, da, 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 das holt mich halt sofort raus. Und das ist halt nicht einmal pro Show, sondern fünfmal pro Show. Und dann haben sie dann am Ende, ist dann das Mädel, dessen Name völlig irrelevant ist und keine Ahnung was, die outet sich dann als drittgeschlechtlich, they them, und der Kalber, der dann da runter beamt, der weiß das sofort. Der weiß dann sofort ihren Pronomen. Wobei das ja total komisch ist, weil der Vater sagt dann, they them, ja, meint er jetzt sie oder beide oder alle drei oder wer bin ich und warum wie viele? Also, nee, das ist alles kein Sinn. Also, das wurde für mich in der Tat so neben, also, einerseits bewusst reingestreut, aber andererseits haben sie dann doch eine Nebensache daraus gemacht. Das meine ich mit dem. Was halt schade ist. Ja. Die hätten die doch mitnehmen können. Das wäre das für Adira eine neue, also, da hätte Adira ja jemand gehabt, so, hätten sie sich gegenseitig gepluralen können. Also, es wäre doch schön. Hätten sie die mitnehmen können, dann würden sie die Prime Directive nicht ganz, also würden sie brechen, aber nicht ganz brechen, dann würden sie drum herum kommen, haben sie ja das gemacht dadurch, dass das einfach gepflegt werden muss und immer wieder gewartet werden muss, sonst wäre die Zivilisation eh untergegangen. Aber wenn doch irgendwer sterben muss, dann lass doch vielleicht die, den Nachkommen und den Vater zusammensterben, weil der Vater es nicht aushalten konnte, alleine rein, dass man den Volk dazu verkauft. Und deshalb ist jetzt ein Opfer für Regen wieder da. Wie soll man denn jetzt der Gesellschaft, das war ja auch ein Dilemma, was sie mit reingebracht haben, wie soll man der Gesellschaft jetzt klar machen, dass keine Opfer mehr nötig sind? Unglaublich komplexes Thema, wie wir alle wissen, aber das wurde auch in so einen Nebensatz reingestreut. Ja, oder man hätte überhaupt ein moralisches Zivilisation machen können. Der Hinweis ist in einem von diesen Tauern, man kommt aber nur dran, wenn man den Tower abschaltet, aber es ist halt der letzte Tower. Würden alle anderen Tower noch funktionieren, wäre es gar nicht schlimm, so hat sich das der Doktor da gedacht, aber jetzt ist bloß noch der eine, also entweder wir töten alle oder wir kriegen den Hinweis, wäre doch auch mal was gewesen. Irgendwie, aber eine Sache, die mir jetzt dann auch sauer, also das ist wirklich sauer aufgestoßen, das mache ich noch ein bisschen, also das ist mir persönlich sauer aufgestoßen und das ist jetzt kein, Star Trek war schon immer so, aber da gibt es ja bestimmt da draußen welche, die uns dann für die nächste Folge mal oder vielleicht auch hier im Chat mal direkt Feedback geben können. Aber was mir wirklich sauer aufgestoßen ist, vielleicht war ich auch gerade letztens eine Diskussion mit einem, und ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt, ich habe tatsächlich einen Hardcore-Katholiken kennengelernt, der unter 70 ist, sogar unter 50, sogar unter 40, wusste ich nicht, dass es sowas gibt, ja okay, alles gut. Gibt es nicht wenige? Anscheinend. Also Hardcore-Hardcore, ne? Egal. Ja, ja, ein Bruder vom Freund von mir, der ist in sowas reingerollt. Also ich rede keine Freikirche, Katholiken, ne? Nein, 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 genau, genau. Anyway, also was mir wirklich aufgestoßen ist, dass in dieser Folge und in der nächsten so ein bisschen, aber in der Folge ganz besonders, plötzlich Religion so auf einer Stufe mit Wissenschaft gestellt wird. So als wollen wir hier keinen mehr anpissen, ja? Auch der Kalber hat plötzlich so eine Sinnkrise. Ich will nicht sagen out of nothing, weil die ist natürlich, aber die hätte man, das haben wir in der letzten Folge gesagt, in der Ginal-Folge schon viel mehr andeuten, da viel mehr mit machen können. Aber hier ist es auf einmal so, wie du gerade eben schon gesagt hast, ja? Was machen sie denn jetzt mit der Religion? Und hier wird es so so gleichgestellt, wo ich mir gedacht habe, so, alle Menschenopfer waren jetzt umsonst, ja? Und dann sagt der, was soll ich jetzt machen? Und dann sagt der Bishael, ach, es gibt sicherlich Götter irgendwo. Und ich mir so, sagt das ein Starfleet-Captain, es gibt sicher Götter irgendwo? Naja, das ist eine, das ist eine sehr agnostische Haltung des Ganzen. Ah, okay. Könnte man so sehen. Es ist nicht atheistisch, weil Atheist glaubt an nichts, was nichts da ist, aber Agnostiker glaubt halt daran, also kann es nicht sagen, kann sagen, ich weiß es einfach nicht. Und das ist bei vielen Wissenschaftlern, die sich auch mit Glauben beschäftigen, ist die agnostische Haltung eher das, was präsent ist. Fairer Punkt. Fairer Punkt. Ja, fairer Punkt. Da hast du recht. Dann noch eine Sache, die ich mir hier notiert habe. David Cronenberg mal wieder. Ich seh den gerne. Ich seh den auch gerne. Ich seh den auch gerne in der Matrix, im Ladescreen der Matrix, aber das klingt trotzdem nix. Also entweder ist der jetzt am Ende der Hauptbösewicht hinter allem allem oder sie werden dann, ich weiß nicht, kommt der dann in der Sektion 31 vor? Seher hinweg, der kann ja nicht sein, das ist ja eine Vergangenheit. Ja, das ist, das müssen, da haben sie jetzt noch drei Folgen für, um irgendwas zu klären, was der da überhaupt zu tun hat. Sie werden es nicht kennen. Von der das Ganze weiß und was jetzt mit diesem Void ist, in dem er die ganze Zeit drin ist. Oder sie sagen einfach nichts, weil sie sich für das, für die Academy-Serie das auch sparen. Im Chat wird gerade eben richtig hingewiesen vom Grillmeister. Starfleet-Captions fragen eher, wofür Gott ein Raumschiff braucht. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Also zumindest Kirk war eindeutig Atheist. Und ganz ehrlich, bei einer Sache musste ich ja laut lachen, als sich dann die Michaela da reinbieft und der reinbiemt und der Typ dann sagt, are you a God? Ja, und dann sagst du so, Ray, wenn dich das nächste Mal jemand fragt, ob du ein Gott bist, ja, dann sagst du ja, ja. Und sie hätte ja sagen sollen in dem Moment. Stattdessen erklärt sie ihm erst noch, was fahrs ist. Nein, sie hätte einfach sagen, ja, bin ich und jetzt befehle ich dir, mach dein scheiß Ding hier auf. Hätte das Ganze wirklich einfacher gemacht, dann hätte sie als Gott sagen können, hey, wir haben euch da hingestellt, du musst das maintainen und wir möchten eigentlich kein Opfer haben. Ja, wäre ein Dilemma gewesen, aber würden die auch ähnlich machen, wäre einfachere Variante gewesen. Aber Discovery nimmt ja nicht den einfachen Weg. Die Prime Directive ist ja bestenfalls nur noch eine Handlungsempfehlung. Also von daher, das war sie ja in ganzem Start. Das war sie immer schon, eigentlich schon ganz genau. Also das ist ja kein kein New Track Problem. Gut, was das Enttäuschendste dann an dieser Folge war, und das hast du gerade eben schon mal gesagt, wenn es um Show, Don't Tell geht, war halt auch wieder, dass der Hinweis, der wird dann offscreen geholt. Also es wird halt auch nichts gemacht, um diese ganze Plotgeschichte mal irgendwie interessant und spannend zu werden, zu machen. Sondern das, worum es dann geht, ja, das ist dann, ja, das war dann in dem anderen Ding, oh, da haben wir es dann geholt, okay. In diesen drei Folgen habe ich ja mittlerweile wenigstens verstanden, dass sie irgendwie so ein Puzzle da zusammensetzen müssen mit den Hinweisen, das da kommt. Aber es könnte doch viel Spaß, also lass es immer die Main Story sein und eine B-Story mit einem Planeten, der was zu tun hat. Oder lass das Dilemma, die haben es ja schon selber angedeutet, dass die Wissenschaftler, die es versteckt haben, denen immer eine Lehre geben wollen, denen immer ein bisschen Unterricht geben wollen mit jedem Hinweis, der versteckt ist. Und dann haben sie die Moral von der Geschichte in jeder Episode. Trotzdem tritt das, wie du gerade gesagt hast, so stark in den Hintergrund, dass es völlig an Relevanz verliert. Absolut. Und dann sagt doch der Cronenberg, wie heißt der eigentlich nochmal, Kovic oder wie auch immer, sagt dann, es war verdammt schwer, diese Namen zu bekommen und super geheim und bla und ich habe sie auf Papier geschrieben, ich bin altmodisch und wahrscheinlich, weil es dann auch keiner cracken kann und so. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, ja, Moment mal, also der eine, Ginal, sagt, wir haben alle Namen immer gelöscht. Der Kovic sagt, es war superschwer, sie zu kriegen. Okay, passt ja, wenn der, warum sind Moll und Dur immer einen Schritt voraus? I don't fucking get it. Nee. Aber wenigstens wurde uns eine Frage vom Anfang der Staffel beantwortet. Der Void ist ein physischer Raum, wo man hingebeamt wird. Okay, das habe ich gar nicht, warum, was hast du gedacht? Ja, sie hatte doch das Papier entgegengenommen. Ach so, ja, okay, gut, stimmt, ja. Genau, wir haben am Anfang der Staffel darüber geredet, was ist es denn jetzt? Weil wir konnten nicht sagen, ob das jetzt einfach nur was ist, was bei denen im Kopf passiert oder ob das ein physischer Raum ist, wo die hingebeamt werden. Da hast du recht. Ja, okay, stimmt, genau. Wobei das ja dann auch komisch war, als sie da letztens da in der Cocktailszene war, in der ersten Folge und dann so, genau, da haben wir uns ja noch gefragt, steht sie jetzt einfach so abgeschaltet so im Raum? und das stellt sich übrigens die nächste Frage bei mir, so praktisch es für die Leute da sein mag, diese Personal Transporter zu haben, wie definieren die ihr Ziel, wo die hinhüpfen wollen? Danke, danke, frage ich mich jedes Mal, frage ich mich jedes Mal, jedes Mal, weil die macht einfach nur und dann ist sie auf der Brücke, der hat es aber nicht gesagt. Ich meine, die kommunizieren auch immer sonst so mit, Riker, wo bist du so ungefähr? Aber da muss ja trotzdem irgendwie Gedankenübertragung da im Spiel sein oder irgendwas, Neuralink ist in der Zukunft auch vertreten. Ja, das muss sein, aber ich meine ganz ehrlich, da sind wir ja auch hier in der Realität nicht weit von entfernt, von daher, das ist halt so, das kauft man einfach dann so, das muss dann so sein und dann frag nicht näher, was fragst du denn immer solche Sachen? Lass uns lieber zur siebten Folge gehen, Erika. Ja? Jo. Erika. Da hatte ich, die drei Folge. Genau, da hatte ich mir, und das war also wirklich mit die langweiligste Folge ever von Discovery, fand ich, also die war gottenlangweilig, dabei hätte sie es gar nicht sein müssen, aber zum einen, das hatten wir gerade eben schon angesprochen, da ist mir dann wirklich aufgefallen, dass Detmar und Washington halt gar nicht mehr da sind, ich weiß nicht, ob das Budget ist, ob die alle schwanger sind, keine Ahnung, auf jeden Fall, die sind nicht mehr da und die Inkompetenz von Starfleet, die ist halt jetzt also wirklich, also, sorry, das ist jetzt halt schon lächerlich, also, so ein inkompetenter Haufen, also die haben es eigentlich gar nicht anders verdient, als aus der Galaxis gepustet zu werden. Ja, und vor allen Dingen haben die solche Machtansprüche in dem Quadranten und trotzdem ist ein Breen-Schlachtschiff genug, um die ganze Föderation zu zerstören, die ganze Sternenflotte zu zerstören. Und das ist auch dann so riesig wie ein Borg-Cube. Genau. Und grün. Und grün natürlich. Genau. Und grün ist es auch. Ja. Wann sind die Breen so mächtig geworden? Also das haben sie schon erklärt, dass sich die Breen-Confederacy und das Breen-Imperium weiterentwickelt hat. Die haben scheinbar nach dem Dominion-Krieg sich zurückgezogen, haben sich nur um sich selber gekümmert und sind dann irgendwann zu einem Imperium geworden, wo man weiß nicht, ob es vorher auch schon dieses feudale System gab, aber die sind ja scheinbar in so einem feudalen System unterwegs. Okay, whatever. Von mir aus. Also, was die Discovery nicht geschafft hat, schafft irgendein, auch da wieder dieses, ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, dieses Schiffsdesign, also dieses Nicht-Design, weil es ist kein Schiffsdesign mehr, es sind einfach irgendwelche geometrischen Formen, an die dann zwei oder je nach Bedarf vier lange Stöcke, die dann Warp-Gondeln seien, nebendran schweben. That's it. Obwohl dieser Breen-Kreuzer ja eher klassischer aussah. Der war eher klassisch, genau, richtig. Also, die werden dann irgendwie gefangen genommen und auch da wieder, weil die Moll rumtobt, werden sie beide in dem gleichen Kraftfeld in der Sickbay eingeschlossen. Also, da wäre ich auch gern gefangener bei der Sternenflotte. Da muss ich nur ein bisschen Rabatz machen und sofort kriege ich alles, was ich will. Der muss auch direkt in die Brick und dann kommen fünf Leute daneben dran und ich meine, dann holen sie schon KI-Würstchen-Nahen wieder raus. Wo ich wirklich dachte, ach, guck mal, stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja. Ja, aber hier ist es auch so, die packen die zusammen rein. Ja. Man hätte doch ein schönes Story-Device da reinschreiben können. Am Ende der Folge zeigen sie, dass sie irgendwie vermählt sind oder geheiratet haben oder sich verbunden haben. Aber lass es doch, warum dürfen die nicht getrennt werden? Lass es doch irgendeine physische Verbindung sein. Lass die Breen doch interessant machen, dass die irgendeine Symbiose eingehen, wenn die sich zusammen, wenn die sich verheiraten, sodass die nicht physisch so viel getrennt werden dürfen, weil es dann sonst körperliche Schmerzen gibt. Das hätte Sinn gemacht, die beiden dann zusammen einzusperren, weil die in diese Union eingegangen sind. Aber so ist es nur mal wieder Empathie-Discovery, die ein Pärchen nicht trennen möchte. Ja, genau. Und das ist genau das, was ich meine mit dieser Inkompetenz. Und dann sind dann da auch nur so zwei Wachen rum. Es muss natürlich sein, damit die abhauen kann. Aber ja, okay. Die können immer fliehen. Die haben immer irgendeinen Plan und sind übermächtig. Das ist ein kleines Mädchen, aber die kann alle direkt ausschalten. Natürlich. Und also dann muss der Dur, der ist ja verletzt noch aus der vorletzten Folge. Das ist ja blöd, wenn man ein Bluter ist. Und der muss jetzt gekühlt werden. Ja. Da hätte ich mir auch so gedacht, zu sehen. Nein, nein, nein. Jetzt haben sie das Ganze wieder mit reingebracht, um ein bisschen zum früheren Canon zurückzukommen. Die hatten aus den Dominion-Kriegen noch eine Kühleinheit, die hilft, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Das war das. Aber da konnten sie wenigstens einmal noch den Dominion-Krieg und den Angriff auf die Erde von Herrn Breen erwähnen. Und wenn die Discovery nach den Dominion-Kriegen gesprungen wäre, könnte ich das auch alles irgendwie kaufen. Aber woher weiß ein random Starfleet-Doktor, woher weiß der sowas? Na gut, okay. Ja, aber die sind ja lange genug im 32. Jahrhundert. Mich hätte ja auch interessiert, was in den Jahren danach passiert wäre. Und der Dominion-Krieg ist einfach... Okay, aber weißt du dann automatisch, dass eine Kryo-Einheit im Starfleet hat? Nein, nein. Und am Ende des Tages geht es ja um Kühlen. Da hätten sie ihn halt so ins Holodeck gesteckt und da irgendwie ins Arktik-Programm eingeschaltet. Das hätte man schon... Also egal. Ist ein kleines Ding, aber es ist halt am Ende des Tages nur der Kniff, damit sie halt dann zum Turm der kindlichen Sternenflotte zurückspringen können, bei dem auf einmal dieser Nebel ist. Er war doch sonst nie da. Chad, helft mir mal. Bei diesem Sternenflotten-Hauptquartier, da war doch nie dieser Nebel. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er da nicht war. Und ich bin mir ziemlich sicher. Und so ein kosmischer Nebel, der ja, by the way, gar kein Nebel ist, weil wenn man da davor steht oder drin ist, dann ist das ja alles so weit auseinander. Also ist gar kein Nebel. Der bildet sich ja nicht mal eben so. Also denke ich mir jetzt. Aber ey, ich bin kein Astrophysiker. Wenn ihr das da draußen besser wisst, dann schreibt das mal. Würde mich mal interessieren. Ist mir nur so aufgefallen. War, glaube ich, einfach auch nur für Dramatic Purpose, damit man das Breen-Schiff, wie Sam Quassel gerade richtig schreibt, der Budget fehlt Nebel. Ja, ganz genau. Da muss ich nämlich das Breen-Schiff nur zur Hälfte modellieren. In der Folge sieht man übrigens auch, dass Discovery weiterhin im Sparmodus ist, weil die ursprüngliche Präsidentin nicht mehr da ist, sondern immer nur noch Sachbesfreundin. Genau, bei den wichtigsten Verhandlungen ever, wo es um alles geht. Okay. Und dann, hier kommt wieder Moral und Ideologie mit dem Holzhammer bei dieser Sitzung, wo der einzig Vernünftige, der Captain 007 ist, der hat eine gute Idee. Und da vergibt man sich ja nichts, wenn man es mal macht. Also ich glaube, Picard und Kirk hätten das gemacht und die Sisko sowieso. Weil man hätte es ja mal machen können. Oder er hätte auch sagen können, Freunde, hört mal zu, ich habe noch kein Trauma, ich erfinde jetzt eben schnell eins. Also das Drehbuch erfinde mir jetzt eben schnell ein Trauma, weil wir brauchen ja für alle noch ein Trauma. Und ich kenne die, weil natürlich jeder Charakter immer die Trauma mit den Bösewichten hat, die gerade in der Staffel aktuell sind. Klar. Und ich kenne die und den kann man nicht trauen. Und dieses romulanische Sprichwort war ja auch ganz nett. Und was sagt dann Frau nicht logisch Vulkan, ja, er ist Rassist und ausländerfeindlich. Und, 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 und die, und die Michaela wirft ihn raus. Wie ein Schulkind. Ja, aber auch, dass man mit, klar hat man sich den ganzen Reveal jetzt für, es muss, es muss, dieser, dieser Twist muss immer ungefähr zum Ende der Staffel kommen, Folge 7, Folge 6, irgendwie sowas, dass dann die Best Intentions doch wieder nicht funktionieren. Aber selbst dieses Trauma, wir hatten noch so viel Chance und Rainer kennenzulernen. Hätte es nicht irgendwann in irgendeiner früheren Episode mal dazu kommen können, als die Breen erwähnt wurden, sind, dass er ein bisschen von seinem Trauma erzählt. Nee, es muss Conveni, Plot Convenience in dieser Episode erst angesprochen werden. Und das fühlt sich dann wieder so an, als würde es aus dem Nichts kommen. Ja, absolut, absolut. Ja, das bringt auch irgendwie so gar nichts irgendwie so, die haben dann auch keinen wirklichen Plan und dann, dann hüpfen wir wieder in die, in Sickbay und da ist dann auch sehr lustig, also die Michaela, die verhört dann Moll und Dur und obwohl beide nichts sagen, errät sie alles. Natürlich. Ja? Nein. Michael Sherlock. Sie ist sein Cousin. Also ich hätte ja noch irgendwie draufgekommen, dass sie abgekauft, dass sie raufkommt, dass er wichtig ist oder so und von mir aus irgendwie, dass er auch noch so ein verkappter Prinz ist. Aber dass sie dann sogar darauf kommt, dass es der Cousin ist, der so dritten Grades vom Schwibbschwager ist. nee. Ja, Michael ist halt clever und das ist die Michael Show und deshalb muss man es entsprechend zeigen. ja, lass es sein, lass die kombinieren, lass die vielleicht das selbst sagen, dann in der Verzweiflung sagt die Moll das über den Lack. Ja. Und ich meine auch selbst die ganzen Entscheidungen, die Moll und Lack in dieser gesamten Staffel fällen, die sind sowas von unlogisch. Klar wollen die sich dem Ganzen entziehen und die geben dann unbedingt dem Onkel die mächtigste Waffe im Universum, weil nur das den beruhigen kann von dieser Blutschuld, die da passieren kann. Aber die hätten doch wenigstens, die sehen doch, wie Booker mit denen in Kontakt tritt. Die sehen doch, wie die irgendwelche Verbindungen mit denen haben. Dann lass die doch ein bisschen was trauen, dann mach doch eine Freund-Feind-Beziehung, die da reintritt. Aber nee, die entscheiden sich immer dagegen, immer das Falsche zu machen, immer nur Anti-Anti-Anti-Haltung war da drin. Und das ist auch aus deren Sicht so unlogisch, das durchzuführen. Wenn sie nach Alternativen suchen, wie sie aus diesem Eri gar rauskommen sollen, dann ist es doch nicht nur das blöde Progenitor-Ding, was da helfen kann. Das muss doch Lösungen geben, außer die ultimative Lösung. Und wenn du den Breen dann die Universumszerstörungswaffe gibst, da bist du auch selbst auch nicht mehr sicher. Absolut. Sie könnten ja zum Beispiel auch der Föderation sagen, pass auf, ihr kriegt das Ding und dafür springt ihr ans andere Ende der Galaxis. Wir haben unsere Ruhe und alles ist gut. Zum Beispiel. Also, wo Michael diese Nummer her hat, von wegen, die können uns dann überall verfolgen und so weiter. Das ist also wirklich völliger, völliger Quatsch. Also, ich verstehe das nicht. Na gut. Im Chat wird geschrieben, aber mal ehrlich, die haben 50 Minuten und mehr je Folge, um etwas zu zeigen oder für notwendige Dialogzeilen. Sie müssen nicht raffen wie früher TNG in 45 Minuten. Und trotzdem war TNG besser strukturiert. Ja, und hat sogar noch eine A, B und manchmal sogar noch eine kleine C-Story untergebracht. Lass es eine Serie wie Lower Decks zeigen, wie man das in 20 Minuten hinbekommt. Exakt. Die kriegen auch zwei Storylines meistens unter, ne? Ziemlich meistens zwei. Genau. Ich kann es genauso. Ja gut. Also, die können sich dann befreien. Na gut. Und dann, was ich nicht verstanden habe, vielleicht weißt du das oder weißt du das, ist das jetzt, hat sich jetzt der, der, der Lack aus Versehen umgebracht? Also, ist der Lack jetzt aus Versehen ab oder war das Absicht? Ja, der hat zu viel von dieser komischen Dosis genommen. Okay, es war also Dummheit. Okay. Da bin ich da wohl. Also, erst war Michael schuld, weil sie ihn ohne Nutzen überhaupt verletzt hat. Dann in der Mirror-Folge. Und die jetzt am Ende war, auch das, Moll und Lack hingen in der Mirror-Episode fest. Ja. Die hingen in dieser Episode fest und sind verzweifelt und schreien in den Weltraum hinaus, hier sind wir. damit nicht nur die Sternenflotte die sieht, sondern auch die Breen an sich, von denen sie eigentlich fliehen, weil sie sagen, das ist ja schlimmer als der Tod. Und am Ende geht Moll trotzdem mit, weil es ihr egal ist. Ja, vielleicht ist ihre Hoffnung, dass sie durch die Progenitor-Tag Lack wiederbekommen kann. Das haben sie ja ein bisschen mit. Ja, ich wollte gerade sagen, du weißt ja, no one's ever really gone. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass der am Ende dann wiederbelebt wird. Ja, genau. Ja, und jetzt führen sie am Ende dieser Folge trotzdem wieder ein nettes Konzept ein mit dieser Eternal Gallery and Archive, die Bücherei am Ende des Universums. Ja. Haben wir rausbekommen, wer die erschaffen hat, wer da eine Bücherei oder der da ein Museum geschaffen hat, was man nicht finden kann? Ich weiß nicht. Mit Eintrittskarten? Ja, ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat. Das klingt, es könnte ein Doctor Who-Konzept sein. Genau, genau. Könnte ein absolutes Doctor Who-Konzept sein. Nur auch das, es gibt halt schon Sora und die ist mehr oder weniger genau das. Genau, die hat auch diesen von dem Planeten alles drin. Genau, ja, also es ist halt, na gut. Und ich meine, dann finden sie diesen Hinweis und was sie halt auch nicht können, ich meine, da treten sie ja in eine schöne Tradition, die du ja auch hast. Sie haben halt von Sprichworten keine Ahnung. Ja, und Teile und Herrsche heißt nicht, dass ich die Arbeit aufteile. Ja, das haben sie auch schon bei Star Trek PK falsch gemacht, als da Ruffy und Seven of Nine in dem Chateau da sind und diese ganzen Borg-Kämpfer da ausknocken. Da rennt sie auch Teile und Herrsche. Nein, das ist damit nicht gemeint. Teile und Herrsche heißt, du teilst deine Feinde in einzelne Gruppen, die sich gegenseitig bekriegen und damit du die einzelnen kleinen Gruppen einfacher auslocken kannst. Oder du teilst, das könnte man auch noch so interpretieren, du teilst deine Macht mit in viele kleine auf, damit keiner so viel Macht hat, dich zu übertrumpfen. Kann man auch je nachdem. Aber es heißt auf gar keinen Fall, wir haben hier eine Matheaufgabe zu lösen und die teilen wir jetzt in drei kleine Gruppen auf. Das ist so, das weiß ich immer nie, so genauso wie halt diese Kerzengeschichte, so ist das so eine, sind die so doof oder sind die so schlicht? Oh doof darf man ja nicht mehr sagen, sind die so schlicht oder ist das egal oder finden die, wissen die das nicht besser? Ich weiß, aber ich glaube, das spricht eigentlich gegen die Theorie von JetGPT, weil JetGPT hat das wahrscheinlich richtig gemacht. Naja, und irgendjemand hat auch in dieser, in dieser Staffel ganz viel DS9 geguckt, weil jetzt geht's in die Badlands. Ja, die kennen wir auch schon. Ja, da treffen sie bestimmt auf die Marquis. Ja, ohne wie zu wirken, altes Marquis-Schiff oder so. Oder die Expanse aus, kommt wieder. Ja. Auf, Versatzstück von der Expanse von Enterprise in den Badlands. Irgendwie so ein Kram oder noch, keine Ahnung. Aber auch hier wieder, die vergessen in einer Folge, was sie vorher gesagt haben. Also, gerade sagt noch die Michaela, wir können nicht überall hinspringen, weil die uns folgen. Und was machen sie jetzt? Sie springen sofort in die Badlands. Natürlich. Aber ich denke, die können ihnen doch folgen. Das ist doch Quatsch. Das macht doch alles keinen Sinn. Das ist eine blöde Sendung. Das interessiert mich mein Dialog von zwei Szenen. Ja, allerdings. Ja, allerdings. Allerdings. Ja. Ach, liebe, liebe, liebe Trackfreunde da draußen. Ich meine, es ist ja, es ist ja bald zu Ende. Noch drei Folgen, dann haben wir das Elend hinter uns und dann mal gucken, womit sie uns da nachquälen. Das kann ehrlich gesagt nur besser werden und die Art und Weise, wie diese Staffel produziert und erzählt wird, ist eigentlich doch ein, ah, wisst ihr was, wir haben keinen Bock mehr. Und war das nicht so, dass es unglaublich viele Reshoots für diese Staffel gab? War das oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf? Nee, die haben die Staffel gedreht und haben am Ende die Chance bekommen, noch mal ein paar Reshoots durchzuführen, um die Serie abzuschließen, weil sie noch mitten da drin war. Das hat nur ewig gedauert, bis die die Staffel erst mal released haben. Ah, okay, so rum war das. Okay. Ja. Okay, weil ich dachte, okay, ihr kriegt schon Chancen für Reshoot und das ist das, was da mal rausgekommen ist. Wie schlimm muss das dann vorher gewesen sein? Eieiei. Ja, was soll ich sagen? Die Story hat mich von Anfang an nicht gecatcht. Das ist eine Doppelfolge, bestenfalls, als kleine Reminiscenz an die TNG-Folge. Und es ist belanglos, uninteressant, es geht nicht voran. Ja, und Sam Quassel macht doch aus den Breen, wenn die so ein feudales System dahinter haben, macht doch ein Star Trek Game of Thrones da raus. Aber das hätten sie nicht geschafft. Nee, das hätten sie nicht geschafft. Da hätten wir ja clevere Dialoge schreiben müssen. Und Sam Quassel schreibt im Chat Rotten Tomatoes 20 Prozent bei 100 plus Audience Reviews. Und ganz ehrlich, das deckt sich auch mit den Abrufzahlen unseres Podcasts. Also unsere Track-Nerds waren immer ein Garant für hohe vierstellige Abrufe. Immer. Das ist jetzt nicht mehr so. Also die sind jetzt im niedrig vierstelligen Bereich Discovery. Ihr guckt das auch, glaube ich, gar nicht mehr großartig da draußen. Ich weiß ja von einigen, die es nur, uns nur hören und gar nicht mehr schauen. Und wenn ich mir die Review-Ecke anschaue oder die Feedback-Ecke anschaue bei uns, die ist ja auch schon ziemlich verstaubt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann das verstehen, weil was will man denn noch schreiben? Wir schreiben seit fünf Staffeln das Gleiche. Wir reden auch seit fünf Staffeln ehrlich gesagt das Gleiche. Aber es ist ja das Ende jetzt, es ist ja Licht am Ende des Erzähltunnels. Du, dafür haben wir dieses Jahr ja noch eine neue House of the Dragons und Rings of Power Staffel, wo, wie sich beide gedacht haben, releasen wir Trailer am gleichen Tag. Ja, ganz genau. Und der Trailer von Rings of Power war so dunkel, ich habe nichts gesehen. Also auf dem Laptop, in einer normalen Bürobeleuchtung, habe ich nichts erkannt. Nichts. Ich gucke den jetzt nochmal auf dem Fernseher im Dunkeln. So musst du gucken, weißt du ja, seit Game of Thrones. Der muss den richtigen Fernseher und die richtigen Einstellungen dafür haben, ne? Ja, ganz genau. Wir müssen mal schauen, was wir so ein bisschen danach machen. Ich greife mal schon so ein bisschen vor. Wir werden natürlich weiterhin Star Trek machen, wir werden natürlich auch weiterhin Star Wars machen, da kommen ja jetzt diese Acolytes, da bin ich ja wirklich auch mal gespannt drauf, was da kommt. Aber ich habe in letzter Zeit einfach auch wieder so viele bewusst mal so andere Serien auch mal geguckt und ich glaube, vielleicht suchen wir uns dann doch. Man weiß halt einfach vorher nicht, was sich dann so zum vier, fünf Staffel Ding entwickelt. Und was natürlich für einen Podcast auch immer ein bisschen unglücklich ist, ist dann wie jetzt zum Beispiel Free Body Problem, wenn das so auf einen Schlag veröffentlicht wird. Oder Fallout, was auch so auf einen Schlag veröffentlicht wurde. Da mag ich es ja dann als Podcast immer, wenn wir alle 14 Tage was machen können. Aber ja, müssen wir mal schauen, was wir da irgendwie machen. Ja, Haus des Geldes, ganz ehrlich, ist schon durch. So alte Sachen, wir jetzt eigentlich nicht mehr besprechen und For All Mankind. Ja, es hätte es verdient, aber da müssten wir jetzt in der sechsten Staffel einsteigen. Nee, lass mal gut sein. Aber guckt es einfach. Hört euch einfach, glaubt unserem Urteil vor All Mankind ist gut. Holt euch ein Apple TV Plus Abo für vier Wochen oder wann und dann zieht er das durch. Und dann habt ihr da Spaß mit gehabt. Ja, also wir haben es ja schon. Vielleicht machen wir auch demnächst einfach noch mal ein paar Recaps von Serien, die gut sind. Wir haben jetzt zum Beispiel zuletzt gucken wir gerade Sex Education auf Netflix durch. Super lustige britische Serie. Und Gillian Anderson mit britischem Akzent muss man sich immer wieder daran gewöhnen. Das darfst du gerne im Forever Nerd Girl machen, weil die hat ja schon längst durchgeguckt. Wir können uns ja mal wieder gegenseitig mal wieder eine Folge machen, wo wir uns gegenseitig ein paar Empfehlen, ein paar Serien. Und ganz ehrlich, ich glaube, was wir dann einfach mal machen sollten und dann werden wir mal genauso, dann werden wir mal versuchen, genauso kritisch ranzugehen. Lieber Chat da draußen, liebe Hörer da draußen, sollen wir mal Star Trek Filme reviewen? Sollen wir das machen? Schreibt es uns, ob wir das machen sollen. Und die Blu-ray-Box mit den Filmen wurde mir auch geklaut. Ich hätte sie noch. Also wenn wir das machen sollen, dann schreibt uns das doch mal am besten an info at nerdizismus.de oder eine WhatsApp oder Sprachnachricht an den 01525 964-7709. Kommt auf unseren Discord nerdizismus.de slash Discord oder kauft euch eine Tasse oder ein T-Shirt bei nerdizismus.de slash Shop. Und am besten natürlich noch, kommt am Samstag alle dann noch, schießt euch noch ein Ticket für die Nerdichristmus-Show, der Douglas Stahl kommt. Das wird sehr, sehr, sehr lustig werden. Am Samstag 20 Uhr Rabbit Hole Theater. Wer da nicht kann, am 22. Ich kann mal auf den Kalender gucken. Am 22. 5. ist die nächste, glaube ich. Oder genau, am 22. 5. ist die nächste. Bin mir gar nicht sicher. Doch, ich glaube ja. Da ist die nächste mit Edencraft. 22. 6. muss sein, weil das wäre schon die nächste Woche. 22. 6. Stimmt, genau. 22. 6. ist die nächste mit Edencraft. Aber das wird dann wieder ein neues Konzept werden. Wir probieren erst ein bisschen rum. Die Frage, was habe ich mir da reingeballert heute als Getränk? Grappanini, auf diese Sache musste ich da einfach, ja. Wasser. Ganz genau. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht, uns euren Freunden, Eltern, Tanten, Verwandten, Papa, Mama im Kindergarten und so weiter zu empfehlen. Und vor allem auch, lasst mal ein Review da, eine Bewertung bei iTunes, Podcast Addicts oder Spotify. Und dann würde ich sagen, Michael, nimm es nicht so schwer. Ich habe hier immer noch was für dich. Okay. Schau mal. Ich habe hier immer noch dein Autogramm von Tia. Den musst du jetzt endlich mal mitnehmen und dann geht es dir auch besser in diesem Sinne. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Schau mal. Vielen Dank.